So, Hallöchen Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind hier oben auf diesem Aussichtsturm stehen geblieben und ich würde sagen, wir schauen doch einfach nochmal hier die Aussicht an. Ich meine, schaut euch das an. Es ist so wunderschön. Ich liebe dieses Spiel. Ich meine, ich habe bis jetzt noch nicht mal einen kleinen Teil des Spiels gesehen und es ist bis jetzt einfach schon so großartig. Auf jeden Fall würde ich vorschlagen, wir aktivieren diesen Turm erstmal und laden damit auch die Karte auf unsere Shika Slate. Shika Stein erkannt, Shika Turm wird aktiviert. Was ich mich aber auch so frag, Datenübertragung beginnt, wenn die Shika wirklich so eine extreme Hochkultur hatten. Und die haben ja zusammengelebt mit den Hylianern. Warum die das nicht irgendwie übernommen haben, auch als sie die Shika dann verbannt haben. Alter! Guck mal, wie groß das Gebiet ist und das... Alter! Zusammen mit den Kartendaten wurde eine neue Funktion übertragen. Was? Was? Der Shika-Sensor Schreine suchen. Wenn du dich Schreinen näherst, die du noch nicht besucht hast, schlägt der Sensor aus. Geh in die Richtung, in die die Ausschläge am stärksten sind. Drücke auf den Kartenbildschirm Y, um ihn ein- oder auszuschalten. Aha. Ich muss gleich mal einen ganz kurzen Blick auf die... Shika-Sensor wurde aktiviert. Auf die Karte werfen. Neben der Minikarte ist jetzt auch ein Sensorsymbol zu sehen. Neben. Ja, doch, hab ich doch... Hab ich vorgelesen. Stimmt so! Ah, ich bin... Ah, blöd. Du kannst Schreine finden, indem du in die Richtung gehst und der es am stärksten ausschlägt. Es vibriert schon. Ich hab... Ich hab auf Y gedrückt. Da stand... Ich kann... Naja, ich geh jetzt mal... Ah, hier wahrscheinlich. Ja, hier. Ich würd den gern ausschalten. Ah, guck mal! Ich hab da was gesehen. Man kann hier Schreine auswählen. Vermutlich kann man da noch mehr später suchen. Aber ich hätt das gerne aus. Guck mal. Vergleich das mal. Ich hab das Gefühl, meine Joy-Cons sind grad etwas am Abkacken. Es kann sein, dass mein Akku... Aber ich hab die eigentlich vorher geladen gehabt. Ich mein, jetzt schaut mal, wie riesig die Welt ist. Wie weit es da hoch geht. Und wir haben uns ja schon so ewig hier in diesem winzigen Gebiet aufgehalten. Das Gebiet, in dem wir jetzt sind, ist ja schon dreimal so groß wie das Startgebiet. Und es ist auch nur ein winziger Teil von dem allen hier. Ah, das ist so krass. Auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir uns wieder zum Abstieg hier vom Turm und auf in Richtung Kakariko. Kannst los. Nein! Alter! Link! Bist du des Wahnsinns? Also offensichtlich ja! Ah, jetzt darf ich wieder was essen, ne? Weil sonst nippel ich noch ab. Ich muss auch... Wenn wir irgendwo die Möglichkeit finden, was zu essen zu kochen... Ich hätt vielleicht einfach, ähm... Mit meinem Segel in die Richtung springen sollen. Vielleicht werden wir dann schneller nach Kakariko gekommen. Das befindet sich auf jeden Fall im... Da sind die Twin Peaks, ne? Ja. Und hier geht's zwischen den Twin Peaks durch. Da ist... Ah ja, jetzt hab ich wieder... Ich hab die Orientierung wieder. Ich hab sie nur ganz kurz verloren. Ich würd nur wirklich mal ganz gern da drüben... In das Lager der Bockblins da drüben... OCTOROCK! Etwas unkonventionell, aber es funktioniert. Geh weg! In das Lager der Bockblins da drüben. Ach doch, das schaffen wir. Ich hatte grad ein bisschen Angst, dass wir es nicht schaffen und untergehen. Da kann ich Essen kochen, wenn wir Feuer haben. Aber scheint es hier kein Feuer zu geben. Ah doch, ich hör Feuer. Ein Feuerstein. Wenn man vom Teufel spricht. Wenn man mit einem Gegenstand was Metall darauf schlägt, dann stehen Funken, die Feuerholz in der Nähe. Nähe entzünden praktisch, aber nach einem Schlag geht er kaputt. Da ist übrigens auch Feuer, ne? Ich würd gern die Fackel einfach aufheben. Ah, ich kann noch... Ich werf mal das Ding da weg. Aber ich kann auch einfach hier den, ähm... Ach, ich hatte den schon ausgerüstet. Ja, oder so, ne? Steck ihn weg, Link. Steck ihn weg. Link, steck... Danke. So, äh... Gourmet-Chef-Koch-Link... Äh... ...wird uns jetzt wieder was Schönes zaubern. Äh... Fleisch kann man... ...mit Pilzen. Ist immer geil. Und, äh... Dazu... Hm... Was kann man denn dazu noch machen? Ach, das wird schon... Wird schon schmecken. Auf gut Glück. Wenn da oben noch Bockflinzen, die denken sich ja auch so... Wer macht da... Wer benutzt da unseren... Unseren Grill? Fleischspieß mit Pilzen. Üppiger Spieß mit frischem Fleisch und verschiedensten Geschenken der Natur. Habe ich das richtig gesehen? Heilt es... Fünfeinhalb Herzen? Alter! Voll gut. Und dann würde ich sagen, ähm... Machen wir uns noch eine... Pilzpfanne... Mit... Geflügel. So. Einfach um ein bisschen Essen zu haben, dass wir halt auch Heilung haben, ne? Ist, ähm... Ein Ausdauer-Pilzspieß füllt die Ausdauer auf. Und diesem simplen Gericht lenkt nichts vom herben Eigengeschmack der Pilze ab. Dank der vielen Farben isst das Auge mit. Sehr schön. Und... Ich kann ja die Rezepte auch speichern, ne? Und wenn wir dann... Oh. Ähm. Ja, ne? Mh... Ach, das ist auch noch ein Pilz. Ähm. Ich sollte vielleicht etwas mehr jagen. Aber wir haben jetzt erstmal ein bisschen Essen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Da komm ich so nicht hoch, komm ich... So komm ich da auch nicht hoch. So komm ich da rüber. Wunderbar. Was das uns jetzt gebracht hat, ich weiß es nicht. Potenziell gar nichts. Komm, dann mach halt den Boxstock schnell kaputt. Dann haben wir auch einen Platz im Inventar mehr. Ähm. Dann nehm ich den Reisezweihänder so lang. Wupp. Ich hätte gerne eine Angel. Gibt's hier... Hoffentlich gibt's... Kann man hier wieder angeln. Das ist ja eigentlich... ...schon recht normal, dass man in Zelda angeln kann. Das wäre seltsam, wenn man es plötzlich nicht mehr könnte. Was ist denn das da vorne? Da leuchtet irgendwas. Ich hätte vielleicht am Feuer die Nacht über warten sollen, aber... Ach, da sitzt jemand. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Hinter dem letzten Schrein, den wir gemacht haben, war ja noch der Stein mit der Schatzkiste. Den hätten wir vielleicht holen sollen. Da hat doch was geleuchtet. Das kann ich doch bestimmt auch... Das wollte ich nicht. Sondern das Stasis-Modul. Aber dann nehm ich eine andere Waffe, mit der ich einfach draufknüppeln kann. Hier. Dich. Reicht das? Ja. Theoretisch reicht's praktisch. Hat uns nichts gebracht. Aber dahinter ist was. Das sehe ich ganz genau. Dann müssen wir das nochmal machen. Ich wollte dich nicht erschrecken. Sorry. Hey, und was war da jetzt dahinter? Hallo, na du? Oh, was ist das? Sieht aus, als könntest du Salz gebrauchen. Hast du ein Glück? Außer Fleisch biete ich nämlich auch Steinsalz an. Kauf doch einfach von beidem was. Mein Fleisch ist von Feinsteigqualität. Was auch immer du nimmst, du liegst. Immer richtig. Edelwild und Edelgeflügel. Ja, wunderbar. Aber... Kaufst du auch an? Ah. Jawohl. Das... Ich hab gehört, das ist so eigentlich das Gängste an Rubine zu kommen. Einfach weil es eben diese ganzen Gräser nicht mehr gibt, die man... Die man weghauen kann. Die Frage ist natürlich, was kann ich verkaufen und was brauche ich noch? Oh, die Moblinhauer scheinen was wert zu sein. Oh, das Essen aber auch. So, äh, dann würde ich gern kaufen. Ah. Und zwar etwas Salz. Zwei. Ja, zwei. Hä? Hä? Ich hab doch für zwei genug Rubine. Hä? Jetzt auf einmal geht's. Okay, alles klar. Naja, ich, äh, nicht hinterfragen. Das war's. Tschö, tschö. Danke, Bogo. Vielen Dank fürs Geschäft. Und da hinten soll ja ein Stall sein. Stand ja auf dem einen Schild, an dem wir vorher waren. Ich hoffe, da kommen wir schnellstmöglich hin. Was ist da im Wasser? Eine Schleichschnecke. Eine leuchtende Schleichschnecke. Moment. Ja, stimmt. Hier sind immer noch Strömungen. Äh. Ah, ich dachte gerade, da kann ich einen Fisch angeln. Aber die sind dann doch zu schnell weg. Da hinten ist ein Stall. Oh nein, meine Batterieleistung lässt nach. Das ist nicht gut. Dann, ähm. So, hallöchen, Freunde. Sorry, deswegen. Meine, ähm, Joy-Cons sollten jetzt, äh, wieder aufgeladen sein. Ich hatte auch, ähm, deswegen hatte ich davor kurz auch die Aufnahmen unterbrochen. Äh, ich nehme ja mit Audacity auf, beziehungsweise mit dem... Was ist das denn? Ähm. Mit dem Aufnahmeprogramm meiner Capture-Card. Also bei meiner Capture-Card war eine Software dabei, mit der ich direkt aufnehmen kann. Äh, auf jeden Fall hat die mir oben kein, äh, keine Zeit angezeigt, wie lange die Aufnahme schon läuft, wie sie es normalerweise macht. Ah, mein... Warte, Moment. Ah, nein. Ah, so. Auf jeden Fall bin ich deswegen... Äh, war ich etwas paranoid, dass die Aufnahme nicht läuft. Hat aber alles problemlos funktioniert. Überhaupt kein Problem. Ich nehme die Bockblink-Knochen nicht mit. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil die haben so wenig Haltbarkeit. Da hinten sind Pferde. Oh! Und da ist ein Stall. Das heißt, wir können bald ein Pferd zähmen. Schätze ich. So, aber erstmal... Da hoch. Und hier finden wir ein verrostetes Schwert. Und eine Kiste. Mit Holzpfeilen. Das ist wunderbar, dass da ein Schrein ist, weil dann können wir uns auch immer hierhin zurückteleportieren. So, was haben wir denn hier? Moment. Da hinten sind irgendwelche Ruinen. Sind überall irgendwelche Ruinen. Da sind Matschetexturen. Äh, ach ja, wir können das Ding ja auch bewegen, indem wir unseren Controller bewegen. Da hinten ist irgendeine Festung. Sehr cool. Beziehungsweise, nee, Kakariko ist das noch nicht. Kakariko müsste... Da, richtig. Links hieß es ja auch. Ah, jetzt müssen wir wieder... Oh. Ah! Oh, das tut mir beim Zugucken in den Händen weh. Alter, du holst dir doch jeden einzelnen Spreisel, den du dir überhaupt auf dem Weg nach unten holen kannst. Alter, Link, bist du des Wahnsinns. Ah, die kann ich wegschneiden. Okay. Großer Bruderbrücke... Brücke... Brücke... Kleiner Bruderbrücke. Äh! Was willst du? Ah, ich sehe... Flederbeißer Auge. Deine Trophäe aus einem Flederbeißerkampf als Kochzutat scheinen das Auge nicht zu taugen. Aber vielleicht findest du einen anderen Verwendungszweck dafür. Ah, ich sehe, was der Unterschied zwischen der Großer Bruder und der Kleiner Bruderbrücke ist. Und zwar die Größe. Was irgendwie naheliegend war. Großer Bruderbrücke. Hallo, wer bist du? Du bist... Ah, Bogo, dich kenn ich ja. Oh, was ist? Bist du müde vom Laufen? Kopf hoch, der Stall der Zwillingsberge ist ganz in der Nähe, wenn du keine Kraft mehr hast. Ist etwas Fleisch. Ich hatte zufälligerweise etwas Fleisch im Angebot. Nein, danke. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Nein, das wäre fies, wenn ich jetzt zuerst da reingehen würde. Und euch noch auf die Folter spannen würde. Wer bist du denn? Hallo. Na, öfter hier? Guten Morgen. Ich habe dich noch gar nicht gesehen. Bist du auch ein Reisender? So friedlich, wie es hier ist. Vergisst man leicht, dass die große Verheerung fast das Ende der Welt bedeutet hätte. Allerdings treiben sich hier immer noch Monster rum. Und um Schloss Hyrule herrscht das Chaos. Immer noch genug Gefahr für meinen Geschmack. Jedenfalls sollte ein Reisender wie du immer Medizin mit sich führen. Medizin? Medizin wird hergestellt, indem man Insekten und Monstermaterialien mischt. Sie füllt zwar nicht deine Herzen auf, aber sie macht dich schneller, schützt vor Hitze oder Kälte und vieles mehr. Es ist ein Wunder, dass du bis jetzt überlebt hast, wenn du dich noch nicht einmal mit Medizin auskennst. Da muss ich mir ja regelrecht Sorgen um dich machen. Komm, ich gebe dir etwas von meiner. Spurtmedizin. Stimuliert die Nerven, sodass deine Bewegungen schneller werden. Sei es beim Laufen, Klettern oder Schwimmen. Ja, wunderbar. Mit Spurtmedizin kann man schneller laufen. Ich nehme die immer, wenn ich von Monstern weglaufen muss. Oder einfach, wenn ich es eilig habe. Das klingt für mich nach Doping. Sie besteht nur aus Spurtechsen und Monstermaterialien. Deshalb habe ich immer mindestens zehn Stück dabei. Ich glaube nicht, dass das so gesund ist auf Dauer. Stall der Zwillingsberge. Da liegt auch etwas Reisig, das wir mitnehmen können. Also Holzbündel. Eine Heugabel. Hallo. Na? Ach, ist das schön hier. Richtig idyllisch. Oh, du bist so... Oh, so ein süßes Hundi. Oh, wer ist denn feiner Junge? Oh, du bist ein feiner Junge. Seht ihr das? Link guckt dann auch automatisch runter zu ihm und so. Also, Link passt seine Bewegungen auch immer an. Äh, seine Kopfhaltung und so. Die Kopfbewegung. Na du. Muhun. Oh, Verzeihung. Ich war in Gedanken und hab dich gar nicht bemerkt. Bitte entschuldige. Ich forsche Tag und Nacht, um dem Phänomen des Blutmonds auf die Spur zu kommen. Oh, das kenne ich. Das Blut... Was? Wie? Das kennst du nicht. Das geht ja nicht an. Das kann so nicht angehen. Hör mir mal zu, Junge. Es begann am Tag der Verheerung. Seitdem zeigt sich in gewissen Nächten ein roter Vollmond am Himmel. Und das ganz unabhängig von der eigentlichen Mondphase. Mitternacht färbt sich dann der gesamte Himmel blutrot. Zu diesem Zeitpunkt erheben sich alle Monster, die eigentlich getötet sein sollten, und werden neu bezählt. Das ist der Blutmond. Warum werden die Monster wiederbelebt und warum taucht wie aus dem Nichts ein roter Vollmond auf? Niemand hat eine Antwort für die Fragen. Das ist ein rätselhaftes Phänomen. Wenn du etwas über den Blutmond herausfindest, lass es mich bitte wissen. Aha, das ist dann wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich respawnen dann einfach die Monsterlager. Das wäre sehr naheliegend und würde dafür sorgen, dass die Welt nicht irgendwann total leer ist. Das finde ich cool. Willkommen im Stall der Zwillingsberge. Schön hier, oder? Man ahnt es nicht, aber die Verehrung hat diese Gegend eins an den Rand der Zerstörung gebracht. Vielleicht liegt es am Segen der Zwillingsberge. Auf jeden Fall ist hier alles wieder beim Alten. Sogar die Wildpferde sind hierhin zurückgekehrt und mit denen ist alles wieder aufgeblüht. Übrigens, woher bist du unterwegs? Kakariko und Hateno liegen beide in der Nähe. Nach Kakariko. Kakariko ist das Dorf des Stika-Stammes. Früher einmal sollten sie Maschinen gebaut haben, die sich wie von Geisterhand bewegen konnten. Dadurch waren sie dem damaligen König ein Dorn im Auge. Sie wurden vertrieben und lebten von da an im ganzen Land verstreut. Wenn du von hier aus deinem Weg nach Norden folgst, gelangst du zu einer großen Brücke, überquerst du sie und folgst weiter den Weg. Sorry. Dann kommen bald die Tore von Kakariko in Sicht. Wenn du nach dem Weg fragen willst, nur keine Scheu, ich kenne mich hier aus. Dankeschön. Auch wenn hier alles wieder wie vorher aussieht, so hat die große Verheerung noch ihre Spuren hinterlassen. Besonders nachts treiben sich viele Monster herum. Also sei auf der Hut. Na du. Hi. Hallo. Willkommen in unserem Stall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selber ausruhen kannst. Ah, du bist das erste Mal hier, oder? Weißt du, wie Stände funktionieren? Nein. Ah. Dann erkläre ich es dir mal eben. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und nach Belieben mitnehmen. Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fang eins und bring es her. Wenn du uns ein Pferd bringst und es bei uns registrierst, ist es offiziell dein Pferd. Du kannst bis zu fünf Pferde besitzen und sie natürlich jederzeit wechseln. Möchtest du wissen, wie man Wildpferde fängt? Ja, erzähl mal. Gut, ich erkläre es dir. Im Grunde muss man sich nur von hinten an ein Wildpferd anschleichen und zwar langsam, damit es einen nicht bemerkt. Und dann springt man einfach auf. Manche Wildpferde sind allerdings besonders wild. Die muss man dann durch Tätscheln beruhigen. Wenn das Pferd sich beruhigt hat, kannst du es zu mir bringen. Vergiss nicht, dass wir hier von wilden Pferden reden. Es kann dauern, bis sie sich an einen Reiter gewöhnt haben. Manchmal wechseln sie von selbst die Richtung oder werden plötzlich einfach langsamer. Wenn der Pferd die Richtung wechselt, steuere es sachte in die richtige Richtung und tätschle es. Mit der Zeit wird das Pferd dir dann mehr und mehr Vertrauen und auch besser gehorchen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also beginnen wir noch einmal von vorne. Willkommen in unserem Stall. Dankeschön. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Wunderbärchen. Hier kann man doch bestimmt auch einkaufen, oder? Ach, ist das schön hier. Und hier drüben? Was machst du hier drüben? Willkommen. Darf es eine Übernachtung sein? Ein normales Bett kostet 20, ein Luxusbett, 40 Rubine. Nein, danke. Brauche ich im Moment nicht. Hier sind gerade alle am Schlafen. Also, es geht hier um Ramdans, Schatz. Warte mal, Prissen. Ach, du bist... Ich bin ja keine Frau. Ich habe nur eines hier, aber ich bin nie in den Stimmbruch gekommen. Zieh mich nicht damit auf. Es tut mir leid, ich kann nichts dafür. Das liegt in den Genen. Hast du etwa ein Problem? Hast du uns etwa belauscht? Wir sind Schatzsucher und der Schatz des Räuberkönigs Ramda gehört uns allein. Prissen, du quasselst zu viel. Tut mir leid, war keine Absicht. Wir haben uns jedenfalls wichtige Dinge zu bereden, also lass uns in Ruhe. Terry! Hallo! Kann mich nicht erinnern, Sie schon mal getroffen zu haben. Freut mich, ich bin Terry und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Auch in gefährlichen Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienst meiner Kunden unterwegs. Ich biete besondere Insekten und Ausrüstung für Reisende an, zu tollen Preisen. Außerdem habe ich einen Heißluftballon und ein Schiff und einen Zug. Und sollten Sie selbst etwas zu verkaufen haben, bin ich ebenfalls für Sie da. Für Edelsteine und dergleichen mache ich einen guten Preis. Also immer her damit, wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Ja, ich verkaufe erst mal Schüssel. Was habe ich denn zum Verkaufen? Ich denke, die Edelsteine werde ich noch brauchen, oder? Ich weiß halt nicht, was ich brauche und was nicht. Kann ich sonst auch irgendwie zu Hilfe sein? Ja, dann zeig mal, was du zu verkaufen hast. Holzpfeil, Holzpfeil, Ausdauerschrecke, Spurt, Kröte, Octorock, Ballon. Das war's. Ich danke Ihnen. Nichts zu danken, Terry. Nichts zu danken. Dann. Unsicher, wo es lang geht? Nein, nicht unsicher. Ich wollte gerade auf die Suche nach einem Wildpferd. Beziehungsweise nicht auf die Suche, sondern... Äh, auf die Jagd. Ich würde... Aber hatten wir nicht irgendwas, was uns leiser schleichen lässt? Hier... Nein, das ist Spurtmedizin. Hm. Moment, ich hab's gleich. Hier, Schleichglöckchen. Als Kochzutat verleiht sie die Fähigkeit, lautlos zu schleichen. Ich dachte gerade, der Huhn wäre ein Mensch. Da drüben war ja ein Topf, von dem wir kochen können. Das ist... Äpfel! Woo! Link der Gammler. Äh... In die Hand. Mach mal drei. Und dazu brauchen wir natürlich... Was fleischiges. Im Idealfall einfach einen Fisch. Und zwar... Ein Ausdauerbarsch. Und... Ähm... Ähm... Ein Hyrule-Pilz. Warum nicht? Es macht total Spaß zu kochen. Es wirkt vielleicht nicht so, aber... Dampffisch. Feines Gericht. Bei dem frischen Fisch im duftenden Blatt eines Wildkrauts gedämpft wird. Der hoffentlich auch die Fähigkeit hat, mich lautlos schleichen zu lassen. Nein. Ah, dann nochmal... Ähm... In die Hand. In die Hand. In die Hand. Und dazu... Ein Ausdauerling. Nein, am besten nur einen. Eins, zwei, drei. Und ein. Um das Verhältnis aufrechtzuhalten. Hoffentlich klappt's jetzt. Dampfpilze. Nein, es scheint nicht geklappt zu haben. Yay, nice. Ah, da vorne sind auch Wächter. Aber ich geh mal davon aus, dass sie hier in der Nähe von... So einem friedlichen Ort nicht zwangsläufig aktiv werden. Oder etwa doch. Der auf jeden Fall nicht. Aber hier kriegen wir antike Sachen. Das ist schön. Also folgender Plan. Wir suchen uns jetzt zuerst ein Pferd. Da kriegen wir nichts. Der steckt ja auch bis zum Boden in der Erde. Wo waren die Pferde? Die waren irgendwo... Da, oder? Da hinten. Wir schnappen uns zuerst ein Pferd. Und dann gehen wir in den Schrein. Ich denke, so oft eine bestimmte Distanz wird man das noch... lauter ran können. Ah, die sind hier gerade... ein bisschen an beiden. Welches will ich denn? Ich will das Blaue. Das ist hübsch. Aber wir kommen noch nicht ganz drauf. Nein, aber ich will dich doch gar nicht. Ich will dich. So, das beruhigen wir jetzt erst mal. Und reiten uns ein bisschen ein. Es ist total gut gemacht. Ja, das ist ein braves Pferd. Oh nein, alles gut. Alles gut. Ein feines. Oder ein fein R. Nein, alles gut. Es ist... Es ist alles gut, Großer. Oh ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein R oder ein C ist. Aber das ist auch schwer zu erkennen bei den Pferden. Ja. Geht das? Ja? Magst du das ein bisschen schneller? Ja. Das scheint sich aber schnell an uns gewöhnt zu haben. Noch ein bisschen schneller. Nein. Alles gut, ja. Oh ja. Ja. Es sind noch mehr Wildpferdi. Es sind... Ach, wie schön ist das bitte. Es ist auch so ein wunderschöner Ort, um einfach zu reiten. Hallo, na ihr. Reiten in den Ruinen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ist doch alles gut. Komm, auf. Und im Trab. Langsam wieder zurück. Können wir unser Pferd... auch registrieren lassen. Wir brauchen dafür nur einen Namen. Alles gut. Alles gut. Oh, es wirkt angespannt. Ist doch alles gut. Kann ich dem vielleicht einen Apfel... Ah, ich hab keine Äpfel. Doch, ich hab noch Äpfel. In die Hand. Willst du einen Apfel? Kann ich dem... Ja. Oh ja, das geht sogar. Wie cool. Komm. Ja? Willst du noch einen? Ja. Dass ich das nicht im Stehen tätscheln kann, finde ich ein bisschen doof. Ah, da hinten rennt Terry wieder rum. Komm, dann machen wir noch mal einen kleinen Ausritt. Auf geht's. Die Steuerung ist auch total super von dem Pferd. Also man merkt, dass es sich noch ein bisschen gegen mich wehrt und so. Ja. Na du. Das ist ein Achter. Hinten ist die Brücke wahrscheinlich, die nach Kakariko führt. Aber da wollen wir ja noch nicht hin. Ich will gerade nur noch mal... Da hinten sind die ganzen Wildpferde so in einer Reihe. Oh. Das wollte ich nicht. Ja. Ach, guck mal. Wir sind schon so weit, dass es auf uns wartet. Oh. Die Roboter hier scheinen alle... Ähm... Außer Betrieb zu sein. Ja, komm, wenn wir zurück am Stall sind, gibt's noch einen Apfel. Guck mal. Ach, da hinten ist ein Bockblendlager. Ich dachte, das wären alles Pferde. Also, guckt mal. So viele Wildpferde. Auf! Maximale Energie! Nein! Oh. So wunderbar. Das Pferd scheint... ...ziemlich eingeritten. Das heißt, wir müssten es eigentlich jetzt auch registrieren können. Halt an! Du sollst anhalten! Ich glaube, damit haben wir noch kleinere Probleme. Ehrenrunde. Ah, ich darf L nicht nach hinten gedrückt halten. Sondern ich muss es nach hinten antippen.